so leute sind wir aufgestanden und heute ist der letzte tag wir gehen nach hause und haben wir alles versorgen alles aufgeräumt und so was gegessen und ein bisschen kaputt ich bin jetzt mir jetzt gehen wir einfach nach hause und ich bin jetzt im zog und ich nur sagen so heute gehen wir jetzt sind wir im bahnhof und wir müssen den zog nehmen wir haben Zeit also 25 Minuten zu Hause gehen wir haben ein bisschen Zeit schauen, laden und so zum Beispiel so leute es sind wir einfach ich bin jetzt einfach zu hause gekommen und die anderen geht weiter weil ich war in st karl leandro in goldach und so und ich bin jetzt einfach gekommen und die lage war echt toll leute ich wollte noch nächstes mal auch mitgehen und ich habe viele kollegen getroffen ihr weiß schon der neuen leandro und so weiter leandro stefano falls ihr dieses video schaut es ist richtig geil mit euch geworden und wir haben viele sachen mit euch gemacht und so weiter und leute das war es schon und jetzt habe ich einen termin für mein knie und ich muss jetzt gehen leute und ich würde sagen leute ciao 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 wir gehen leute wir gehen leute Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.